So, und jetzt benutzen wir mal unseren Ausguck. Na, ist da jemand? Nein? Gut, dann run, Forrest, run! Willkommen zur fünften Folge von Let's Play. Hardcore. Willkommen zurück. Und wir sind immer noch hier in unserem Haus. Ja, wer dachte es nicht, ja? Wer dachte es nicht? Nachdem wir letzte Folge hier, jetzt erstmal über den Check hier oben, ob jemand ist. Ich baue mir hier extra die Fenster und dann schaue ich nicht mal nach oben, bevor ich rausgehe. Das muss ich natürlich ändern. Und ich baue hier auch, obwohl ich eine Schaufel habe, wurde mir auch geschrieben, obwohl du eine Schaufel hast, bauchst du hier alles mit, ähm, äh, äh, trotzdem mit der Hand ab, ja. Ich weiß, äh, ist ne merkwürdig, aber, äh, mach ich so. Und es bleibt so, ob du willst und nicht. Aber erstmal muss ich das hier zubauen. Ähm, so, und, ähm, hier natürlich ein bisschen Glas drauf. So, was mir nämlich noch geschrieben wurde, was ich aber eh vorhatte, ähm, aber was ich wahrscheinlich gar nicht gesagt hätte, sonst hätte, würde, hätte es ja, wäre es gar nicht geschrieben worden. Ähm, das nicht mit der Tür, aber das natürlich auch. Ich muss nämlich ne Eisentür machen, weil wir spielen ja Hardcore. Und wenn wir Hardcore spielen, dann können die bösen Zombies alle ankommen und jetzt die Tür einfach mal so eintreten. Und, äh, das wäre natürlich extrem blöd. Und deswegen sollten wir uns dringend eine Eisentür basteln. Äh, und zwar basteln und mir wurde geschrieben, dass es hier drin zu dunkel ist. Was sehr gut sein kann, sollte ich also beheben. Und ich muss mein Inventar ordnen. Voll alles wieder hier, voll hier Stress, ja. Ja, kaum komme ich rein, schon wieder Stress, Stress, Stress. Das beginnt ja gut. Da geht ja super los. Komm ich gar nicht mit, klar, mit so viel Stress, Mama. Nee, nee, nee. Und jetzt brauche ich auch noch jetzt, oh, jetzt komme ich ja gar nicht wieder rein. Wow. Jetzt komme ich nicht rein, wenn ich keinen, mir nicht noch so einen schönen Punkt hier machen kann. Knöpfchen. Knöpf, oh, eine Pressure Plate, jawohl. Und einen Knopf. Einen schönen kleinen Knopf. So, erstmal Tür. Knopf. Und, äh, wie hättest du es gedacht? Eine Pressure Plate, ja. Das heißt, yeah. Yeah. Macht so Spaß hier, wirklich. Gut. Und jetzt kann ich, was ich hier eigentlich ja sozusagen gefailt hatte. Oder was heißt gefailt? Ich habe hier eine Mauer reingemacht. Wow, fail. Ähm, dass ich hier nämlich eigentlich, ne, oh, hier sind wir schon draußen. Oh, so eine schöne Panorama-Glas, was ich mir so reinziehe. Ähm, Frage ist, ob ich hier sozusagen den ganzen, das alles hier so raushacke. Würde sagen, ich würde sagen, ich zack das hier, ja, ich muss, ich muss ja eh die ganze Erde hier wegmachen. Weil entweder manche wohnen raus, oh, das Wohnen zieht das jetzt hier eigentlich raus. Ähm, ich baue das mal hier so ein. Na, doch, hier ist noch richtig. Und, ähm, bauen wir dann so eine schöne, einfache Glasfaser, ja. Dann haben wir Licht im Haus. Wow. Und das ist... Uh, war hier ein Schatten links neben mir? Das sah gar nicht gut aus. Nein, nein. Nein, nein, nein. Das sah wirklich absolut gar nicht gut aus. Ich dachte, kurzer wäre neben mir irgendein Monster, was mich natürlich sofort angegriffen hätte. Darum wäre es total unlogisch, dass da eins gewesen sein sollte. Aber trotzdem habe ich total Angst. Ich war kurzzeitig in einer Art Schockstarre gefangen. Aber mittlerweile habe ich mich wieder beruhigt. Und, was erzähle ich dir eigentlich für ein Scheiß, aber... Alla, was ist denn das für ein Scheiß, ja. Ich muss noch gucken, wie ich den Eingang überhaupt mache. Weil wenn ich hier unten alles halte... Oh, es wird schon Nacht. Aber ich habe ein Bett, also fuck you, Knight. Ich kennst mir gar nichts, ja. Aber wann ist die Steinen-Dings-Axt kaputt, dauert noch? Jetzt? Ah. Und in dem Moment geht das Lied aus. Hätte mich fast schon wieder erschreckt. Alles gegen mich heute, ja. Alles gegen mich. Warum reiße ich das überhaupt ab? Ist jetzt halt die Frage, bis wie viel ich das hier vorziehe. Also auf jeden Fall hier kommt das weg. Die ganze Wand hier vorne. Und ich mache das ja aus den... So. Aus den Glasscheiben. Bloß wie viel... Ah, hier. Habe ich ja noch mehr als genug Glas. Und mache mir noch mehr Glasscheiben hier. Wie viele weiß ich nicht. Ich mache erstmal hier drei, vier, vier. Mach ich mal. Vier, vier. Na, na, na. Vier. Nicht. Sechs. Vier, vier, vier. Und ich habe gerade ein Geräusch gehört für eine Höhle. Interessant. So. Vier, über 64 habe ich jetzt, ja. Also wenn das nicht ausreichen sollte, weiß ich auch nicht. Ähm, wo setze ich die denn dann an, so? Ich würde fast sagen, hier auf dieser Höhe. Und da setze ich sie dann einfach mal hin. Ja, den Boden und so weiter ersetze ich natürlich noch. Also keine Sorge, verdachte Irden, ja. Was ich das hier so stehen lasse, ja. Denkst du ja wohl. Ne, ne, ne. Ich muss auffassen, dass hier nicht von oben Monster ankommen. Aber ich glaube nicht. Da hinten wandelt ein, äh, ein, ein Zombie rum, aber, ja. No risk, no fun, Leute. Das ist mein Motto. Ist ja nicht umsonst die Hardcore. Wäre ja kein Hardcore, wenn ich mich hier mal nach jedem, äh, zack hier einmal, einmal absichern würde, ob hier jemand kommt. Ne, ne. Aber trotzdem guck ich jetzt mal, ob irgendjemand vielleicht meine Nachtruhe stören möchte. Na ja. Kleine Leute. Nicht angucken, nicht angucken. Ist alles okay, Mann. Was guckst du, Johan? Ja, ja, ja. Ich guck gar nicht. Zumindest nicht zu dir. Was willst du eigentlich, ja? Nix von dir. Boots. Tschüss, ja. Hau bloß ab. Ne. Ich hab keinen Bock drauf. Hau ab, hau ab. Hau ab, hau ab. Du weißt doch, dass du keinen Schaden machst. Ich hab Rüstung, ne? Mit meiner Rüstung hast du gar keine Chance auf irgendwas hier. Ja, außer, dass ich jetzt unnötigerweise Erde vernichtet hab und das hier wieder ein bisschen zubauen muss. Na, 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 nein. Ich mag das nicht, wenn hier überall so Creeperlöcher sind. Das ist einfach unprofessionell, ja? Und, und ich, ich bin ja hier total, ich bin ja nicht unprofessionell, ne? Also, ich bin ja auch nicht ängstlich und alles wisst ihr, ja. Darum, nee, nee, nee. Soll ich aber echt erstmal schlafen gehen, glaub ich. So, der Creeper ist tot. Wenn ihr sonst keine Monster nearby sind, kann ich wahrscheinlich sogar schlafen. Und da muss ich mir was essen und so eine kleine Farm vielleicht drin anlegen für, für Weed. Damit ich mir so ein bisschen ein, äh, sicheres Essen hab. Aber erstmal schlafen, ja? Was du heute kannst auch tun, kannst auch, äh, verschieben, äh, auf morgen. So. Oder wie das ging, ja, Sprichwort, ja? Oh, das sieht schon, ne? Das ist schon, obwohl es noch gar nicht fertig ist, sieht das schon nicht schlecht aus. Soll ich das hier drei hochziehen? Ja, ja, oder? Jetzt lass ich doch hier nicht nur zwei hoch. Ne, ne. Auf der Höhe muss das hier auch noch weg. So, hier einmal durch. Und dann mach ich gleich erstmal als erstes hier die schöne, äh, Fensterfassade durch. Und fertig. So. Und dann sind wir auch, dann fühlen wir uns einfach wohl. Dann können wir, dann starten wir zur Expedition. Und dann hol ich mir meine ersten Diamanten. Die ersten von vielen. Ich werde mir so viele Diamanten holen und dann Diamantrüstung, dass mir niemand mehr irgendwas kann, ja? Dann bin ich nämlich Hardcore. Das ist nicht mehr der Spielmodus Hardcore. Dann bin ich Hardcore. Jawohl. So wird's gehen. So und nicht anders. So, das muss aber noch weg und hier mit Cobblestone ausgebaut werden. So, jawohl, jawohl. Verbindet sich das direkt schon so schön. Was mach ich eigentlich als Decke? Dann mach ich doch nicht Cobblestone, oder? Hm. Mach ich vielleicht als Decke diese, äh, diese schönen Steine, äh, die man aus, aus Cleanstone macht. Ähm, die hier. Muss ich mal anschauen, ob die cool sind. Aber die sind so teuer, sind die, ne? Da muss man so viel schmelzen und so. Weiß nicht, ob die so das Coolste vom Coolen sind. So. Hm. Also schlecht sehen die jetzt ja nicht aus. Ich glaube, ich mach die. Zumindest hier mal für den Frontbereich, würde ich mal sagen. Für den Frontbereich mach ich die. Aber erstmal hab ich hier eh genug zu tun mit, äh, einfachen Fenstern, die ich erstmal hier hin packen muss. So. Und den Boden muss ja auch noch aus Holz machen. Dafür hatte ich mir extra Holz gesammelt. Awkward. Aber voll wenig. Ne, Spruce Wood hatte ich mir dafür genommen. Ähm. Nein, jetzt hab ich ihn gesetzt. So. Zurück mit dir in meiner Hand. Und, äh, Spruce Wood wird komplett verarbeitet. Und, ach, das ist ja so hell im Dienerpack, ne? Eigentlich wollte ich so dunkles Holz haben. Aber das Dienerpack muss ich eh nochmal fertig machen und fertig aktualisieren. Ähm. Und dann bekommt das hier so ein, das bessere. Ich muss ja eh, ich muss ja eh das ganze, äh, den ganzen Stein hier unten raushauen. Damit, uah. Höhöhöhöh. Höhöhöh. Scheiße, ey. Hä, war ich am Anfang mal drin in der Höhle? Ich kann mich da gar nicht dran erinnern. Eigentlich müsste ich die doch kennen. Oder nicht? Weil, ich mein, wieso ist die nur so mini-klein? Es sieht ja so aus, als ob ich die mal zugebaut hätte. Aber zugebaut mit Cleanstone hab ich die höchstwahrscheinlich eigentlich auch nicht. Merkwürdig. Das hört sich gar nicht gut an. Vielleicht war hier irgendjemand anderes unterwegs. Ich weiß es nicht. Und ich möchte es auch gar nicht glauben. Nein, nein, das kann auch nicht sein. Nein, nein, das kann nicht sein. Glaube ich aber auch nicht. Das ist einfach eine Failhöhle, die jetzt da ist. Und das muss mich nicht weiter interessieren, ja? So ist es. So sieht's aus. Gut, so. Also wenn ich das hier erstmal alles abgebaut hab, dann werd ich wahrscheinlich erstmal merken, dass es gar nicht reicht. Mal ein wenig, mal ein bisschen Holz. 16 Holz. Ich hätte gedacht, ich hätte viel mehr abgebaut. Sterbe gleich. Ah. Junge, Junge. Ich wollte nicht die Tür aufmachen. So. Wir essen erstmal was. Essen hier. Ja, nicht, dass ich hier noch versterbe, wegen zu weich zu wenig gegessen hab. Das wäre ja mehr als peinlich. Könnte ich mir aber vorstellen, ja? Wäre ja in der ersten Folge auch fast passiert, ne? Einfach mal so abgekratzt. Nee, nee, nee. Das soll nicht. Das sollte wirklich nicht sein. So. Alles. Alles zu. Einmal zu kleistern, zu tapezieren. Und, äh, dann wird das hier schon ein bisschen wohl nicht aus. Na, 26 hab ich noch. Ob das zumindest für den Bereich reicht, den ich hier schon mal rausgehauen hab? Ja, gerade so. Aber auch nur, nur gerade so. Acht Stück sind noch übrig. Ähm, baue ich hier nochmal den Bereich fertig. Mit 1.6, was ja gar wahrscheinlich in gar nicht allzu ferner Zukunft entscheidet. Ich kann ja eigentlich mal den Snapshot für die nächste Aufnahme draufpacken, oder? Möchte ich das machen? Ja, ich mach das mal. Ich mach das ja. Die sind ja eigentlich total stabil, ne? Also, ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, ob ich für die nächste Aufnahme schon den, äh, Snapshot benutzen soll. Weil dann hätten wir hier Pferde und Zeppiche. Das wär doch mal cool. Das wär ja mal voll groovy, ey. Voll toll. Ähm. So. Ja, sieht schon nicht schlecht aus. Ich muss halt jetzt nochmal mehr, mehr, mehr Wood farmen. Aber bevor ich das mach, müsste ich eigentlich erstmal meine, meine Kisten hier ordentlich mal ein paar mehr machen. Nein, keine Bones. So. Sondern mach ich nochmal, äh, drei Kisten. So. Und dann hab ich sozusagen, mit der Kiste, die ich ja hier eh schon habe, hätte ich dann... Oh, passt perfekt. Ja, also wenn das kein gutes Zeichen ist. Ähm. Pack ich mal hier so hin. Und so. Oder? Naja, das ist auch kacke. Kommt hier so ein bisschen in die Ecke. So. Wie viel ist der entfernt von der Ecke ein? Dann kommt der auch ein von der Ecke entfernt. Und der noch ab, wo eh noch nichts drin ist, weil ich ja schon so toll sortiert habe. So wundertoll. Okay. Jetzt können wir erstmal gucken, wie wir das überhaupt sortieren. Würde mal sagen, hier erstmal so, so alle Rohstoffe mäßig so rein. So Cobblestone. Hier so ein bisschen Dirt. Und, äh, Cobblestone. Und Stone. So, und hier tun wir alles so unnötig rein. Wie zum Beispiel Schnee. Wenn ich jetzt einfach nicht Schnee, werf mir einfach weg. So. Boots, 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 Junge. Junge, da fliegen sie. Bye, bye. Würde ich nie wieder sehen. Ähm. Ich habe schon Iron Shred. Ach doch. Natürlich habe ich einen Iron Shred. Was soll ich sonst haben, ja? Natürlich, türlich, sicherlich. Sugar Canes. Ein Seed habe ich schon. Seeds muss ich auch sammeln, ne? Das geht sonst ganz böse aus, wenn ich eine Stadt vergesse. Boah, man hat immer so viele unnötige Sachen, die man gar nicht braucht, ne? Komme ich gar nicht drauf klar. Ja, so viele Sachen, die man dann ja auch gar nicht sortieren möchte. Leder. Eine Wooden Door. Ein Iron Ingot. Das ist aber, na, ein Iron Ingot kommt auch hier rein. Fleisch kommt ein bisschen hier so. Fleisch tue ich mal hier so alles hin. Die zwei Fleisch... Halt ich hier noch, ne, die nehme ich nochmal raus, die Fleisch, und tue sie aber jetzt schon mal direkt in den Ofen rein hier. Die mischen ja gebraten werden, da führt ja kein Weg dran vorbei. Und jetzt ist mein Inventar ja schon deutlich. Ich würde mal sagen, hier alles so komische Sachen und gecraftete Sachen. Und hier kommen so alle Rohstoffe, die man sich halt so sammelt rein. Und Baumaterialien und Zeug, ne? So, das heißt auch, dass die Kohle hier reinkommt. Und, ähm, Glas auch. Oder sind das Baumaterialien? Naja, ich hab sie erstmal da reingepackt. Und jetzt würde ich sagen, dass wir noch weiter nochmal auf die Suche gehen nach Sand, was ich zum einen... Einerseits ja auch gar nicht mehr habe. Und, äh, äh, schönen Steinen. So, und jetzt benutzen wir mal unseren Ausguck. Na, ist da jemand? Nein. Gut, dann, äh, run, Forest, run! Ist doch gar nicht so perfekt, ne? Weil letztes Mal kam die auch von hier unten irgendwie so an. Und da hab ich sie auch gar nicht gesehen. Naja. Da, wir brauchen mehr schönes Holz. Und irgendwas wollte ich noch machen. Was wollte ich noch machen? Ich hatte eigentlich voll irgendwie so die Idee im Kopf. Aber jetzt ist sie komplett entschwunden. Was war denn das? Shit. Irgendwas so ganz wichtiges. Ach so, Seeds waren das, glaube ich. Dafür müssen wir einfach nur die hier gleich mal kaputt machen auf dem Rückweg. Das werde ich schon hinbekommen. Und da ist rechts ein, äh, äh, ein Schaf. Schaf. Natürlich ist es ein Schaf. Was denn sonst? Ne, äh, ist natürlich, äh, was ganz anderes. Aber benennen werde ich es nicht, ne? Hier, hier, Hühnchen, ne? Haha. Ach, Mensch. Da hatten wir sogar noch ein bisschen, ein bisschen Holz, was wir ganz vergessen hatten. So. Ich würde mal sagen, so, so 32 sollten wir uns mal so als hier setzen. Ich meine, die Sonne steht ja noch hoch. Von dort aus, äh, droht also keine direkte Gefahr. Das heißt, wir können uns hier nochmal das bisschen Holz hier ordentlich abkloppen. Ähm. Und dann haben wir da ja ein bisschen, ich meine, wir werden, wir brauchen jetzt ja auch nicht so ewig viel Holz. Aber es ist immer gut, wenn man ein bisschen, ein bisschen Vorrat hat. Ich hasse das jetzt. Muss ich mich hochbauen hier. Nö. Mann. So. Und dahinter kommt noch einer. Und noch einer. Und. Ah, gut. Perfekt. Oder kommt da oben noch einer? Ich glaube, da ober kommt noch, da über kommt noch einer, oder? Aber bin ich mir jetzt zu fein für das abzubauen? Nö, nö. So viel Aufwand treibe ich da nicht. Hier können wir nochmal den Setzling mitnehmen. Dann können wir uns mal oben auf unserem Berg so selber so eine kleine Farm anbauen. Da hinten ist ja noch einer. Direkt, äh, direkte mitgenommen. Äh, 21 haben wir schon. Ja, dann hier nach noch einen Baum. Oder vielleicht zwei. Und dann haben wir es ja schon. Dann sind wir schon fertig mit ein bisschen Stein, äh, mit ein bisschen Holz abbauen. Dann können wir uns auf dem Rückweg begeben. Und, äh, hallo. Scheiße. Ich komm nicht hoch, hoch. Ich bin zu klein. Ah, danke. Ja. Ähm. Und dann Seeds einsammeln, die wir dann natürlich auch noch bei uns einplatzen. Genauso wie Nordkorea müssen wir uns halt autark ernähren. Und das schaffen die ja nicht mal als riesiger Staat. Das heißt, äh, wir müssen das irgendwie schon irgendwie anders schaffen. Und so, hoch und, äh, äh, ja. Nein. Noch ein hoch. Ach, Mensch. Das ist ja auch kompliziert jetzt abbauen immer. Gut, dass ich kein Förster bin. Ne, das wäre nicht gut für den Wald, wenn ich Förster wäre. So, 42 habe ich, ja. Nicht mal zählen kann ich, ja. So, den, äh, setzt den noch mitnehmen. Dann habe ich drei Stück. Hä? Habe ich den? Hey. Ich kann den nicht einsammeln. Och, Mann. Ich will aber mehr als nur zwei. Zwei sind schon eindeutig zu wenig. Ist dir noch irgendwo einer runtergefallen? Ich sehe jetzt hier keinen. Nö. Doch, jetzt, jetzt habe ich ihn. Jetzt habe ich plötzlich vier auf einmal. Na, gut. Ich will mich nicht beklagen. Ich will mich nicht beklagen. Nein, nein, nein. Schon alles in Ordnung. So. Die müssen doch einfach mit der Hand kaputt hauen, oder? Boah, ich habe schon ewig keine Seeds mehr gesammelt. Da noch, da kommen welche raus. Und, das ist echt, das ist, ich spiele halt Minecraft so ein Singleplayer. Habe ich seit Jahren nicht mehr alleine gespielt, außer bei der Aufnahme halt. Und die Aufnahme heißt also, Let's Play Minecraft, äh, Staffel 1, Staffel 2. Und, Together Show noch, ne? Und mit Kev. So, das war's. Und das liegt alles ja schon, schon Ewigkeiten zurück. So, es liegt alles schon ein Jahr zurück. Fast. Ja, so. Da sei es mal entschuldigt, dass ich nicht weiß, wie man Seeds bekommt. Ich echt so total nup. Und jetzt wird's aber krank, schnell, dunkel. Dabei brauche ich noch ein bisschen, äh, äh, ein bisschen mehr Seeds. Ich hab nämlich noch nicht so viele. Also, ich hätte gedacht, so 10 Stück wäre schon nett gewesen. Und da 12. 12, 12, 12. Immer noch 8. Oh Mann. Oh Mann, es ist ja dunkel. Aber ich fürchte die Nacht nicht. Ich fürchte die Nacht nicht. Nein, ich doch nicht. Ein Huhn. Naja. Wir werden das schon schaffen, dass Huhn und ich zusammen, äh, ob wir zurückfinden, dorthin, ob wir das schaffen. Das zieht ihr in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen, HuhnLP und, äh, mach's gut. Ciao.